Braucht ihr noch was? Und habt eure Taschen voll. Ihr seid doch schon müde. Ihr wollt gar nichts mehr haben. Seid ihr gut drauf? So, wer wird der Lautsprecher haben? So, hier gibt es jetzt ein schickes Mal-Lautsprecher. Wer wird der haben? Du hast doch schon was. So, wer wird der Lautsprecher? Du magst es? Du? Dann komm hoch zu mir. Komm hoch zu mir. Hi, du bist die? Wir Männer. Wie alt? Single? Nein. Schade. Irgendwo hat es ein Sprecher gehabt. Warten wir gerade. Ich suche mal noch eine Mitspielerin. Ne, die kennst du ja. So, wen haben wir denn noch hier? Ja. Vielen Dank.